Monster finden und töten, bevor das Monster sie tötet, wenn das Monster bla. Orbitalbohrer, klingt ja okay. Warten auf Ladevorgang. Ah ne, nicht Monster, ne. Spielen. Und wer spielt das Monster? Ah, ja, okay. Bereit gehe ich denn da? Ah, okay. Ich muss mich da auch erstmal durchfummeln, ey, das ist ja Hammer. So, der andere soll mal hin und machen. Maggie. Ja, also das heißt jetzt, wir müssen jetzt versuchen, das Monster so gut wie möglich zu quälen. Ja. Weil in der Big Eifer habe ich ja nur noch das scheiße Monster gespielt, ey, das war so abgefuckt, ey. Hier ist jetzt los. Aufnahmeprogramm läuft schon. Nutze das Blitzgewehr, um richtig auszuteilen. Die Blitze können auch auf nah stehende Gegner überspringen. Blitzminen eignen sich gut für Hinterhalte und den Nahkampf. Es dauert jedoch einige Sekunden, bis sie scharf sind. Das Sturmgewehr ist auf großer Entfernung sehr effektiv. Oh man, ey. Mit dem permanenten Schild kannst du als Assault länger im Kampf bleiben. Warte, bis dich das Monster angreift und aktiviere ihn dann, um kurzzeitig unverwundbar zu werden. Wie viel Tast muss man denn hier wieder drücken? Ah ja, du sagst, Clem. Arsch, du sagst, kneifen los jetzt. Ja, schon. Bald drauf ist es drauf. So. Ich hoffe, der kackt dir nicht ab, weil sonst... Und runter jetzt. Vögel, da! Wunderbar. Ich muss jetzt. Wien habe ich auch. Wien habe ich auch. Wien habe ich auch. Geil. Halt am Schott. Ich sehe das Ding. Ihr auch. Da hinten. Falle am Boden. Na, wo ist der, ey? Ach, ne. Ach, ne. Dieses Gift, ey. Ich weiß nicht. Wien habe ich auch mal lengthen. Ja. Es ist halt der, oder? Was? You, 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 you. Diese Vögel folgen der Bestie! Ich habe Sichtkontakt, die Monster! Ausruhen! Oh, Alter, die Wurzeln! Feuer ab! Schwachbund! Was ist denn hier? Na, wie fühlen wir uns? Oh, was? Was ist denn hier? Oh, wo ist der Penner, ey? Oh, wo ist der Penner, ey? Ich höre was? Hier ist er! Boah, Alter! Alle Druckballern! Boah, Alter! Hm? Ich bin verwundet! Hm? Ich wollte am Lüge noch was machen. Herr Eilung, das Monster ist hier! Müsst du dich ranjen an den Penner, ey? Weil der hat zwar meinen Pflichter, ey. Oh, ey. Der hat uns gewehrbereit. Deshalb ist der Lunch. Oh, Alter. Verpisch dich, Alter. Na, kacke. Ich bin verwundet! Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Oh, kassel. Ihr braucht mehr Feuer. Ich kann euch helfen, helft mir hoch! Boah, nee. Boah. Boah. Boah, das ist aber nix für mich, das Spiel. Nee. Ich wusste gar nicht, was ich machen muss, ne. Du musst das Ding, hat er gesagt. Ich hab diese Fallen gesetzt, und wie aktiviert man die? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Die aktivieren sie von selber. Ich hab da bestimmt fünf Stück hingeschmissen. Nicht einer hat irgendwie den an sich gerissen. Nee, du musst praktisch nur das Monster da verfeuern, was da groß rumrennt. Nur das andere ist eigentlich, oder? Ja, ich muss den doch einfahren, also hier diese komischen Ketten da machen. Ging nicht. Darf ich nicht. Wird zu hoch. Ehm. Ging nicht. Was ist das? Durch die Tarnung des Supports lässt sich ein verloren geglaubter Kampf doch noch gewinnen. Aktiviere die Tarnung und belebe Teamkameraden wieder oder flüchte unbemerkt aus dem Kampf. Max, wie lange warst du da alleine auf Factor, bevor du wegkamst? Zwei Jahre. Ach du Scheiße, zwei Jahre. Wow, ich will hier keine zwei Wochen bleiben. Wenn du um dein Leben rennst, vergeht die Zeit schnell. Wenigstens hattest du Daisy. Anfangs waren wir mehr. Nur Daisy und ich haben es geschafft. Ja, labert ne Scheiße, ey. Wir haben lange gebraucht, um das Shuttle zu finden. Noch länger, um es in Gang zu bringen. Du hast das Nord-Dieter-Evakuierungsschiff allein zum Laufen gebracht? Ja. Oh, Scheiße. Hut ab, junge Dame. Ich bin froh, dich im Team zu haben. Da. Da. Ich kann sagen. Ich kann. Oh, mach mal. Das Wasser ist einfach hier. Ich kann. Hier ist einfach nicht so. halt da hat er schon gefunden Moment, wechsel auf der Teufungshalle. Oh, was? Oh, fuck. Da kommt die Arena! Oh, wo ist der? Na, wer hat denn das Scheiß hingesetzt, ey? Ich. Ach so. Okay. Der kriegt von mir so einen Atomschlag auf die Birne, ey. Halt den Seh. Huh. Der ist ganz in der Nähe. Oh, was ist der? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, da! Boah, ich sehe den. Das dumme Vieh hat die Vögel aufgeschaut Ah, was mach ich jetzt? Der wird hier lang kommen, oder? Da ist er Ich hab den Goliath gefunden Falle gelegt Ganz hinten ist er Das Vieh wird versteigen Ding ist betäubt Eben auch, Monge Alle okay? Braucht jemand einen Nachschlag? Moment, Wechsel auf Betäubungspfeile Scheiße, bis jetzt ich gern das scheiß Ding Zurück! Er spuckt Feuer! Ah, ich bin verletzt! Gutes Mädchen Okay, mal sehen wie das schmeckt Ich bin unbesiegbar Schieh entschwarf! Schieh weg! Boah, halt die Backen! Goliath Ich sehe dich! Da kommt die Arena! Boah, ey! Wo ist denn der? Der muss da in dieser Arena drin sein Ah, ist jetzt raus, oder was? Da! Scheiße, der ist so weit, ey Da! Erwischt! Ah, komm, renn schneller Boah, hinterher, ey Kommt schon! Hilft mir hoch! Boah, der ist hartnäckig, ey Moment, Wechsel auf Betäubungspfeile No! Vorsicht! Das Monster ist frei! Beide! Beide! Oh, Mann Das ist klar, was er? Das ist klar, was er?